sehr schön jetzt krieg ich auch langsam mana zusammen mir ein bisschen eine neue späte die es ist dunkle impfen soviel zu meinem jennings raum kann die man nicht jemand töten er ist nervig jetzt ist er tot endlich die kann ich nicht retten weil sie im helden portal liegt was blödes es prügelt mir mal das ding kaputt danach dürft ihr schlafen gehen und natürlich machen sie nicht das was sie was ich von ihnen will na gut dann dann schicke ich mir alle zum schlafen zurück in den schlafraum ein goblin wurde unglücklich weil er nichts zu essen hat jetzt ist ein goblin unglücklich weil er nichts zu essen hat und diesen goblin kann ich natürlich nicht okay da lang geht es schon mal nicht weiter ich muss auf jeden fall hier die neue spezies ist in eurem dungeon welche denn ah salamander naja stimmt salamander werden so weit ich weiß durch den trainingsraum angelockt und bloß der geht jetzt da tatsache wo geht jetzt die alarmenlage los da da also drin da das der ist der 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 das der der so wie uns ein im noch so wir wollen wir ja darum schon geld wollen wir hier mal eine brücke hin kann ich mal kurz in einen von denen rein was habe ich jetzt erwischt ein salamander war es ja genau dem mache ich doch mal schnell diese barrikade hier kaputt so jetzt habe ich auch einen direkten verbindungsweg im gebiet einnehmen sehr schön gold dürfte es mir jetzt mal eine weile nicht mangeln jetzt gucken wir dass wir zum casino weiter kommen und von da aus dann an die restlichen räume ich denke mal in die richtung gehen wir als letztes wobei ich auf jeden fall das gefängnis mal holen sollte den heldentoren traue ich irgendwie nie so wirklich goblins ab toren einschlagen habe ich genug ja ich habe genug für einen bösen blick zeig mir mal das gebiet hier das sieht gefährlich aus hier ist noch ein heldentor das sind noch stärker ich werde trotzdem mal glaube ich die werkstätte erobern ihr erbeutet ein casino so rückeln sich die kochen ist gleich mal da der schulke ist ein prinz unter den dieben er hat großes talent als einbrecher und kann sich sogar unsichtbar fort bewegen also super noch ein noch eine neue kreatur ich hätte gerne mal endlich den teufel aber das dauert ja wohl noch eine weile bis ich den kriege dafür kann ich jetzt schurken in den kampf schicken als aufklärer sehr schön hier ist nämlich noch okay der erhälten ausgang hat jetzt gegner ausgespuckt man merkt schon dass es langsam etwas anspruchsvoller wird ich glaube das wird nichts alle mal ein rückzug es wird angegriffen was 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 ihr braucht einen kerker um gegner sicher zu verwahren ja genau werde das mal die los okay ich habe so das gefühl dass ich die mission ziehen kann wie kaugummi ich habe das mal die brücke wieder verkaufen wir erstmal hier die brücke wieder was mich tierisch nervt sind diese alarmfallen okay bevor wir hier weitermachen ein goblin wurde unglücklich weil er nichts zu essen hat ja ja das bauen jetzt schon wieder noch mehr gegner raus das könnte wirklich gelönt werden kann man die und eine größere hühnerfarm damit eure geschöpfe immer gut genährt sind ah ja jetzt ist dieses heldentor kaputt das ist gut zu wissen heldentore kann man kaputt machen ihr habt einen gegnerischen raum erobert äh mann an uns Hilf mal die Tür kaputt zu schlagen Ohne uns jetzt erstmal den Kerker hier drüben Auch wenn da nebenan gleich noch ein Heldentor ist Aber ich brauche dringend Skelette Und das dauert ewig wahrscheinlich Ja die Folge wird sich definitiv noch ziehen Ich hoffe dass das meine Arbeit mit dem Festblattenspeicher mitmacht Euer Dach ist zu klein Tötet die und dann haben wir hier wenigstens unsere Ruhe So Ein Imp der dieses Ding besetzt Mist Hier liegt noch eine Gasfalle Mal gucken wie wir die los werden Ja genau so auf die Weise Jawoll Macht hier die Gasfalle kaputt Und grabt hier das Gold aus Dann haben wir auch gleich den Zugang zur Werkstatt Ah ich hab's doch noch umreißen können Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert So noch ein Heldenportal Um das wir uns keine Sorgen machen müssen Also ja wenn man Heldenportale einmal umbaut Sind sie kaputt Sieht man ja hier So macht euch mal nützlich Tötet die Zwerge 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 Tötet die Zwerge